Ah, der hat sich gerade ein Dierhahnisch gebaut, finde ich gut. Oh, oh, Zins, Achtung! Hallo, meine Freunde, und heute gibt es eine weitere PvP-Story mit dem Fabo und mir. Den FIFA! Ja, hallo. Ja, du meine Freunde. Ja, der Wilhelm Kramer-LP ist hier. Nee, das ist auf jeden Fall FIFA. Ja. Und, ähm, man muss anmerken, es leckt hier. Ja. Schwein. Gomm, es aber leckt zurzeit heute voll. Ja. Wir haben es bei, also wir haben auch eine Runde für FIFA aufgenommen auf Sonic 0 und da könnt ihr die Lecks sehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier auch kommen, aber... Ja, doch, ich habe es gerade schon gemerkt. Echt? Ja, und ich bin Yeti und du bist Delfin. Ich bin Delfin. Okay, sehr schön. A.K.A. Pinguin. Ja, ja. Ich nenne es der Genfinger, geht einfach so. So, ähm, Alter, ich habe schon ein gutes Stuff, fällt mir gerade auf. Ich habe vier Dier, was gerade bei mir läuft. Ich auch, ich auch, und fünf Eisen sogar. Hm. Hm. Ich habe drei Eisen. Oh. Okay. Ähm. Aber die war gut. Alter, der Typ ist so kränk. Ja, ja, ist echt so. Das ist doch gleich mal ein Dierschwer... Alter, das irritiert voll. Hinter mir wird Schnee hergezogen. Das mag ich nicht so. Ja, das ist voll aufhörig irgendwie voll. Ja, ja, aber ist geil. Voll aufhörig. Das schlägt mich einfach schon. Alter. Kennst du die Leute? Ich baue gerade eine Crafting Table ab. Die sich dann reinstellen, damit sie irgendwas bekommen, wenn du was abbaust. Ja. Das ist schlimm. Das ist schlimm, das Zagenstil. Ne? Oh, okay. Äh. Äh. Da oben ist einer. Bei mir ist gerade keiner in der Nähe. Echt? Okay. Doch bei mir schon, Alter. Ich muss mal. Oh. Ähm. By the way, falls ihr noch nicht wisst, ihr wisst bestimmt eh schon alle glaubst. Ne? Mit Uli Hoeneß? Äh, ja. 3,6 Monate Haft. Ja. Also ich persönlich, ich weiß jetzt nicht. Jetzt kommen manche, mhm, Bayern, Bayern. Ja, jeder hat da eine eigene Meinung. Ich war für richtig Bayern-Fan. Ja, ich? Ne, ich. Ja, ich auch. Echt? Achso, nice. Jetzt immer noch, oder? Ja, ja, immer noch. Ja, klar, viele sagen Erfolgs-Fan oder so, aber na, stimmt natürlich nicht. Also muss man sich selber denken. Bei mir sind zwei, Leute, bei mir sind zwei, Leute. Geh, 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 geh. Geh. Oh, 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 oh. Scheiße. Leute, war jemand Bomber. Der hat mich vielleicht fast noch gekriegt, aber hat er nicht. Okay. Aber jeder kriegt halt seine gerechte Strafung, Freunde. Ah, ich track dich. Echt? Okay. Mich interessiert das jetzt unbedingt eh nicht so. Äh. Okay, da hinten bist du nice. Hallo? Hallo? Ich zieh eine Schneespur hinter mir, ja. Also, bist du schon einmal getauscht worden? Ähm. Nee, ich glaub nicht. Warte, ich crafte mich schnell. Was? Alter, wenn ich jetzt getauscht werde. Ja, dann hab ich wenigstens das Zeug, weil ich den gleich wieder fressen werde. Du hättest ein Brustpanzer hier wieder, ne? Hast du noch ein bisschen Eisen, weil ich gar nichts habe? Ähm, ja. Hier zwei Eisen. Äh, gut, kann ich mir wenigstens noch Schuhe bauen. Jawohl. Bauen, ne? Schuhe bauen. Wee. Warte, lass mal warten, bis einer von uns getauscht wird dann. Ah, ja. Ja, ich wurde getauscht. Nein. Ich bin in der Lavafalle. Nein. Bist du tot? In der Wasserfalle, in der Wasserfalle. Äh, dann hast du einen Eimer? Nee, gar nichts, gar nichts. Bau dich nach oben oder nach unten. Oh, nee, das ist gar nicht gut. Bringt nix, bringt nix. Ich baue es. Ja, ich sterbe. In Ernst? Ja. Erbärmungslos, erbärmungsvoll. Nein. Ja. Größter Abfuck, Alter, ich hasse es. Typisch high, ich spektate dich. Oh, schade. Ja, mal gucken, ob ich es noch verheißen kann, irgendwie. Oh, 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 oh. Ja, gut. Nice. Man, Alter, sag ich. Das will mich so richtig abfucken, ne? Ist echt so. Man muss echt immer irgendwie so ein Spinnennetzer oder irgendwas dabei haben. Also, das war, wie war das? Warte, ich baue es. Oh, Leute, hä? Alter, oben ist es. Du kannst ja nicht im Wasser atmen, unter Wasser, ne? Warte. Doch, unendlich. Ah. Oh, ich bin doch tot. Oh, Mann. Nein. Er schwimmt einfach erst mal im Wasser. Ja, du musst einfach irgendwie, also, Dreck oder so, bringt jetzt nichts unbedingt. Ja, Stein oder so halt, ne? Ja, genau, Stein. Er hat es halt mit Stein gemacht oder so, ja. Also, ich konnte es auf jeden Fall nicht abbauen. Es war ganz dunkel in meiner Hümbel. Hm. Ich nehme da immer einen Wassereimer mit und dann, also, ich habe immer einen Wassereimer im Tal, weil dann ist hier ja so Wasser, ne? Siehst du mich ja? Ja, ich sehe dich. Und dann trinkst du ja. Mhm. Dann musst du einfach nur rechts hoch machen, dann hast du das Wasser. Ah, okay. Also, deswegen nehme ich immer einen Eimer mit. Ja. Ja, stimmt. Achso, einen leeren Eimer, ne? Ja, oder voll, ist ja egal. Dann setzt du da zweimal Wasser. Das macht ja... Oh, oh. Alter, den habe ich voll nicht gesehen. Wo ist der, ach so da? Ja, aber kannst ja jetzt mit... Ha, jetzt ist er im Wasser. Jawohl, nice. Alter, das ist echt genial. Und ich treffe ihn nicht. Oh, und ich wurde hochgefedert. Lol. Mir gehen Pfeilen. Ja, wo ist er? Ah, da ist er. Hä? Ach, da unten. Und es leckt. Ja, er leckt. Ja. Ui. Jawohl. Sehr schön. Da hast du Pingel, äh, Pingel-Kids sag ich schon. Das ist Delfinkid-Goo. Ja, das ist echt nice auf so Wasser-Maps. Ja. Ja, wir haben ja extra eine Wasser-Maps. Ah, der Lustviel. Der Lasswitz. Delfin-Hus-Sohn, Alter. Ja, Mann, Alter. Ist so geil. Hey, was geht bei dem? Ha, der hat sich gerade einen Diahannisch gebaut. Finde ich gut. Oh, oh, TNT, Achtung. Ja. Oha. Alter, warum hat er so viel TNT platziert? Weiß ich nicht. Vielleicht. Du hast schon viel Schaden dadurch bekommen, oder? Ich habe gar keinen Schaden durch das TNT bekommen, irgendwie. Ah, okay. Stand, glaube ich, auch gar nicht drin oder so. Nice. Und jetzt Finale. Äh, warte, nee, ich brauche mir. Wie immer. Zack, zack. Ich habe mal vorhin gefragt, ob ein Diahelm und Diahschuhe besser sind als ein Hanisch. Also normal sind die, glaube ich, nicht besser. Okay. Das weiß ich nicht. Aber wenn du halt schon eine ganze Eisrüstung hast, bringt es halt mehr, weil du immer nur einen halben Punkt mehr dazu bekommst. Oh, der hat einen Regenerationstrank. Oh, oh. Aber ich habe einen Heiltrank. Ja, und es leckt, Alter. Alter, wie du einfach mal wegjumpst. Ich glaube, mit dem Delfinkit kannst du sogar ein bisschen weiterspringen, oder? Im Wasser, glaube ich, schon ein bisschen weiter, ja. Ja, also im Vergleich halt. Ja, klar. Ah, der Spombard, gut. Oh, oh, ja. Jetzt weiß ich wenigstens gar nicht derer. Stell dir mal vor, es gäbe Fische, die du siehst in Minecraft, da wäre Spombard viel zu OP gegen Delfinen oder sowas. Ja, das ist echt so. Oha. Scheiße, ich sterbe. Aber ich habe noch genug Herzen. Ja, gut. Du wreckst ja auch im Wasser, oder? Nein, das ist High. Heilen? High. High. Achso, High. Ah, okay. Ah, nee, der hat aber einen Regenerationstrank. Da kann ich nichts machen. Ich muss jetzt warten, bis der Regenerationstrank von ihm aufhört. Du hast jetzt schon reichlich Fische, oder? Äh, zehn. Weil ich mich ja die ganze Zeit im Wasser so bewege. Ah, okay. Also, wenn du dich nicht bewegst im Wasser, dann, glaube ich, bekommst du die Fische. Okay, warte. Ich will mit den Lava immer her, Alter. Ich will mal sehen, wie die Fische kommen. Oh, jetzt wird der getauscht. Ah, ich habe goldene Äpfel, ich vollidiot. Echt? Nice. Nice. Äh, wie mache ich das jetzt so? Dann hier essen hin. So, jetzt fick ich sein Arschloch. Ja, endlich. Ja, das wollte ich schon hören. Warte, ich muss aber erst was essen. Ja, das muss ich essen. Brot, dann Goldapfel. Und jetzt gehe ich da drauf. Okay, komm, mach das. Mach das jetzt. Oh, 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 jawoll, Kombo. Ja. Nice. GG. GG. Äh, ja, es war eine chillige Runde. Kann ich im Delfin, ne, als Delfin kann ich nicht fliegen. Hm. Ja, war eine geile Runde, nur, dass du so hässlich gestorben bist durch die Falle. Ja, schnell, Mann. Ne, durch ein Delfin, oder? Ne, es war ein Delfin, weil der, äh... Kann ein Delfin auch atmen unter Wasser? Ja, ja, kann der. Ach so, ja, dann kannst du... Der hatte nämlich auch die hellblauen Schuhe da. Deswegen glaube ich, der Delfin. Ja, war eine geile Runde, weil Delfin haben wir auch eine Runde hochgeladen. Könnt ihr die auch noch anschauen, falls ihr da irgendwie Lust habt. Die kommt bei dir morgen auch, ne? Also... Genau, ja. Ja, gut, am gleichen Tag. Äh, Uhrzeit gleich, weiß ich nicht. Mal gucken. Egal, auf jeden Fall war es jetzt. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst einen Like da. Schaut bei Delfin vorbei und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao. Tschüss, Mann, Freunde.